Tu dein Bestes, Herr, und beschütze. Andererseits weißt du, was ich will, und es ist überflüssig, mich zu wiederholen. Mr. Dunn? Schulde ich Ihnen Geld? Nein, Sir. Kenne ich Ihre Mama? Hätten Sie Interesse, mich zu trainieren? Frauen trainiere ich nicht. Die Leute sagen, ich werde ziemlich hart. Kindchen, hart zu sein ist nicht genug. Es liegt Magie darin, im Kampf über deine Grenzen hinauszugehen. Die Magie, alles für einen Traum zu riskieren, den außer dir niemand kennt. Wer ist deine Neue, großer Gott? Ich bearbeite ihn, Boss. Ich bin nicht dein Boss, und der Sansak bearbeitet dich. Haben Sie Ihrer Tochter geschrieben? Jede Woche. Sie scheint Fortschritte zu machen. Als ob ihr jemand geholfen hätte. Ich sehe, Sie beobachten mich. Ja, aus Mitleid. Sagen Sie das nicht, wenn es nicht wahr ist. Ich habe nichts, wenn ich hierfür zu alt bin. Wenn ich Sie nehme... Ich verspreche, ich werde hart arbeiten. Dann zweifeln Sie nie an mir, und ich versuche zu vergessen, dass Sie ein Mädchen sind. Also, wie heißt die Regel? Immer auf meine Deckung aufzupassen. Gut. Versuch einen Mann zu finden, der dich heiratet. Wenn die Leute hören, was du tust, lachen sie dich aus. Außer dir habe ich niemanden, Frankie. Tja, wenigstens mich. Ich habe im Leben viel falsch gemacht, und will dich davor bewahren, dieselben Fehler zu machen. Ich weiß, Boss. Ist ein guter Mann in deiner Ecke. Ja, das ist er. Hey, geh sofort runter, weißt du, wie alt ich bin. Ich will sie nur bei mir behalten. Du selbst hast dich gerade um die Meisterschaft gebracht. Frankie, seit 23 Jahren habe ich sie fast jeden Tag in der Messe gesehen. So oft kommt nur jemand in die Kirche, der sich selbst irgendwas nicht vergeben kann. Hast du einen Kampf, von dem ich nicht weiß? Verlässt du mich? Niemals. Niemals.